Hallo und hier sind wir jetzt wieder bei einer neuen Folge Fimima Let's Play Black Mesa, dabei ist natürlich wieder der Kali, der uns jetzt zu einem Ort führen wird. Wir haben was gefunden, da könnte es weitergehen. Da laufen wir jetzt mal noch mal kurz hin. Ist ein kleiner Weg, kleinen Marsch muss man einlegen. Hier, das schlagen wir jetzt einfach mal ein. Das geht nämlich gut hier, das ist kein Sicherheitsglas. Jetzt versuchen wir mal hier das da vielleicht noch aufschlagen oder so. Wir sehen, vielleicht kommen wir auf den Tisch drauf. Nein, das ist, das war gerade eben nicht so vorsichtig. Jetzt bist du drauf auf dem nächsten Tisch. Man kann hier anscheinend wirklich von Tisch zu Tisch und von Kregal zu Kregal springen. Da muss ich glaube ich da hoch dann. Da ist das Periodensystem. Da kommst du glaube ich auf dem kleinen Ding nicht drauf. Oh doch, funktioniert. Wir sind anscheinend kleiner als wir gedacht haben. So und jetzt? Da hoch geht es glaube ich nicht, da kommt nur das Kabel raus. Also über diese Container da oben kannst du bestimmt das Ding aufschlagen. Das hier. Und das geht. Ja. Damit haben wir es geschafft. Oh Mann. Ja, Licht braucht man natürlich in den Tunnel. Und der Frechdachs hat uns das Arsch gezeigt. Höflichkeit in Videospielen ist einfach nicht vorhanden. Liegt aber auch im Spiel. Ja, auf jeden Fall. Und jetzt sind wir runtergebrochen. Und das sind wir hier durchgebrochen. Wollen wir hier schon mal? Das ist nicht ein Durchbruch. Ja, auf jeden Fall, dass wir das jetzt geschafft haben. Oh, eine Blutspur und gleich drei Kopfkrabben oder zwei. Zwei. Eine. Eine. Wo ist die zweite? Da ist sie. Und weg. Und weg. Was macht mir dieses Geräusch? Da bin ich auch mal nicht ganz schlüssig. Ist es denn Magen? Oh nein. Okay. Jetzt wissen wir es. Und das Ding würde ich lieber erschießen, glaube ich. Oder wie wäre es mal mit einer Granate? Ich glaube nicht, dass er das mit zwei Schüssen am Arschbuch hat. Ah ne, nicht so ein Ding wieder. Das meinte ich ja. Hätten wir da lieber eine Granate reingeschmissen. Ach komm, wir haben genug. Oder ist es schon tot? Oh, schon tot? Ist aber schön. Weiß ich nicht. Es macht keine Geräusche mehr. Oder ist es eine Taktik? Nö, ist auch weg. Ist wahrscheinlich durch den Boden gefallen, aber ich habe es nicht mehr gesehen. Ja, es ist nicht mehr da. Und wir werden auch durch diese Tür reinkommen können. Man lernt ja hier immer irgendwas. Irgendwo. Irgendwann. Auch mal. Da geht es hoch. Und da wieder runter. Geht es hoch. Dann geht es da rein. Und da hinten ist Leben. Dann... Dein Wetterkopfkram geht weiter. Ja, nämlich. Und dann ja gleich Munition. 15 Prozent. Schon wieder. Und... Gut, dass es nicht so verhoben ist, was es blättern wäre nicht. Schön, die meine, können die nicht so was... Oh. Fuck. Äh... Was ist denn jetzt los? Das sind doch... Oh, oh, oh. Das sind doch keine Monster mehr. Ja, ich glaube, das ist eine Selbstschussanlage. Ich glaube, die sind jetzt... Entweder das ist eine Selbstschussanlage oder die Monster sind schlauer geworden. Die haben eine Evolution durchgegangen. Das ist eine Selbstschussanlage. Okay. Ich glaube nicht, dass das viel bringt. Wenn das überhaupt... Ist das Ding da? Die Selbstschussanlage? Ich habe gerade eben den Eindruck, dass das Ding die Selbstschussanlage... Nein, da ist sie. Nein, da. Okay. Die kommt aus der Decke raus. Lass das Ding erstmal wieder hoch reingehen, dann springst du da runter. Oder wenn der Laser weg ist. Wenn der von uns weg sich dreht, dann springst du da runter und gehst in Deckung hinter diesem blauen Container da unten rechts. Jetzt ist es weg. Oder halt da. Hier kannst du halt nichts sehen. Wir können hier von außen... Ah, wir können oben hochlaufen. Da geht's wie immer nicht rein. Da geht's wie immer nicht rein. Und hier geht's anscheinend weiter, denn der Late will uns mal wieder daten. Zum ersten Mal heute. Läuft diesmal sehr flüssig, muss ich sagen. Oh. Sind da noch andere Leute? Jo. Ja, ist doch okay. Braucht man sich doch nicht schämen. Natürlich, wir zuerst. Den würd ich jetzt erstmal nicht verschrecken, würd ich dir raten. Hm. Komm mal. Hallo. Okay, rennen wir so schnell wie möglich. Oder auch nicht, ich mein... Ist doch gemütlich hier. Achtung, Kopfkrabbe. Oh. Oh. Der ist aber nett von dem. Geil. Das ist mal ein netter Kumpane. Der hilft uns sogar. Ja, die anderen... Also, der andere, den wir auch mal hatten, der hat uns ja auch ein bisschen geholfen am Anfang. Der eine, ja. Und die anderen beiden hatten nur Angst. Tja, wer kennt diesen Bildschirm noch? Ach, bestimmt einige. Und... Ja, das Witzige ist, ähm, diejenigen, die es, äh, noch, äh, nicht wissen, beziehungsweise die noch kein Femima-Video von uns gesehen haben, wir haben ein ganz neues Intro. Das verwenden wir für unsere zukünftigen Videos. Ich weiß nicht, ob zum Zeitraum der Veröffentlichung dieser Folge bereits das erste draußen ist. Aber da ist das hier halt eben im Intro drin. Ja, und als dieses Spiel rauskam, war so etwas noch gang und gäbe bei einem Bildschirm. Ja. Da ist der Typ. Das war ein sehr häufiges Testexample, was man nicht als Test ausprobieren wollte. Der Typ sieht noch gar nicht, dass da eine Kopfkrabbe ist. Jetzt aber. Haha, das freut ihn sogar, die Dinger umzubringen. Okay, da gehen wir rein. Gehen wir da rein. Erstmal da, dann können wir auch noch da gehen. Da liegt etwas auf dem Boden. Medikit und... Ein toter Professor. Warte mal, die Krawatte natürlich... Hier. Gute Reise, du armes Schwein. Wer hat denn das jetzt gesagt? Das waren doch nicht wir. Hier, lass mich aus deinem Weg gehen. Ja, freundlich. Hallo, hallo, danke. Okay, dann geht's jetzt weiter. Wird mir irgendwann auch mal gehen. Wird mir irgendwann auch mal gehen. Oh Gott. Okay. Ein Wissenschaftler. Wie kann man eigentlich erkennen, dass es ein Wissenschaftler unter Schmerzen ist und dass noch nicht irgendetwas anderes ist? Oh nein. Oh nein. Oh nein. Scheiße. Geil. Der Typ kann uns gut helfen. Danke. Und jetzt zielt er auf uns. Ja, ja. Der schießt schon nicht. Solang wir nicht aus Versehen wieder eine Granate auf irgendjemanden werfen. Immerhin ist das nicht so ein... Ängstlicher. Ich glaube nicht, dass wir umgehen müssen. Ja. Verschwinden ist vielleicht nicht so schlecht. Hier liegen lauter Organe rum. Also man muss... Ich finde, das Spiel belohnt denjenigen, der sucht. Wer sucht, der findet. Wie kommen wir da jetzt hoch? Ja. Na ja, das auch zu. Schon wieder das Perioden. Zumindest kann ich hier in jeden Raum hab ich das Gefühl. Nerds. Puh. Okay, das sieht so aus, als wäre das auch ein Bereich, in dem ein Konflikt geschehen kann. Vorröcken. Vorsichtig. Ich befürchtung nämlich das hier. Oh, noch Bildschirmschoner. Das ist der Ring. Von Herr der Ringe. Trotzdem. Oder auch nicht. Wir hatten heutzutage noch Bildschirmschoner. Hat doch keine Sorge mehr. Naja. Ist auch manchmal ganz aktuell. Natürlich. Zeig uns, wo wir lang sollen, dann folgen wir dir. Oh. Oh. Ja. Das hier ist, ah ja, genau. Das hier ist eindeutig das Diagramm, was belegt, dass Alpuzin gut für die Haare ist. Eindeutig. Das ist ja auch nicht beschriftet. Kannst du uns jetzt zeigen, wie Alpuzin die Wachstumszeiten verlängert? Das ist ganz einfach. Mit einem Ausklick. Indem ich mit dem Maus auf ein unbeschriftetes Diagramm klicke und dann einfach die Kurve verlängere. Mach mal. Genau. So einfach. Tja. Siehs. Jetzt hab ich keinen Haarausfall mehr. Oh Gott, sieht ja ängstlich aus gerade. Mhm. Da liegt noch ein Tote rum und noch eine. Noch eine. Noch eine mehr. Bestimmt die Frau, die gestorben ist, die... Ein bisschen... Oh, das ist ein Flachbildfernseher. Oh. Naja. Weil der nicht ganz bald ist. Naja, halbflach. Aber das ist zumindest einer der... Bei den anderen Geräten. Ja. Für die Zeiten ziemlich flach. Schöne Geräusche. Der Typ rennt uns hinterher. Kann man sagen, dann geht's hier weiter und... Ah, jetzt hab ich... Hunger. Guck mal hier. Hier gibt's solche Sachen wie... Chips. Fresh Fries. Oh, Pommes. Das ist lecker. Pommes aus der Tüte? Ich weiß nicht. Ich find so. Würde ich gern mal probieren. Feeling. Pimmlich. Sind wir endlich soweit. Enjoy one of our rage. Naja. Ja. Lecker. Ach. Da fällt mir ein. Das hier. Ich weiß nicht mehr welche Marke das war. Aber es ist ein sehr toller amerikanischer Trink. Hab ich mal getrunken. Ist nicht schlecht. Sodapop. Ich kenn aber nur noch die Form und die Farbe der Dose. Ich weiß nicht mehr was das war. Also... Pfirsich Himbeergeschmack oder sowas. Merkwürdig. Ist ja super zusammen. Auch nicht schon wieder so ein Teil. Was macht das überhaupt für Geräusche? Boah Gott ne. Okay. Ha ha. Hat der Typ unendlich Leben oder was ist mit dem los? Kommt mir jetzt irgendwie so vor. Aber... Na gut. Wir haben auch erst ein Leben verloren grad eben. Wir haben jetzt ne andere Waffe. Da oben ist ne Überwachungskamera. Im Eck. Oh mein Gott. Wo ist es da? Haben wir nicht diesen einen im Sicherheitsbüro zurück gelassen? Vielleicht sieht der uns gerade. Hi. Wir mag uns nicht. Kann das sein? Na. Jetzt kommt er weg. Naja. Wir sind wahrscheinlich viel zu hässlich. Nein. Ich denke eher, dass der jetzt neidisch ist, dass er nicht mit uns gegangen ist. Weil er gleich sterben wird und wir kommen irgendwann hier noch raus. Vielleicht. Wenn das das Ziel von diesem Spiel ist. So dann. Eine Klette. Wie schön. Ich hoffe der läuft da nicht rein. Der freut sich schon auf kühles, ein kühles Bierchen. Wo. Der ist da. Richtig schlau der Typ. Wahrscheinlich hat er schon seinen Kameraden dafür verloren. Ja. Oh. Noch einer. Cool. Hallo. Vielleicht kann der uns helfen. Ah. Batterien. Batterien. Äh. Wolltest du vorhin Batterien haben? Stimmt. Rennen wir nochmal ganz zurück und machen den Generator wieder an. Und hier gibt es auch erste Hilfe. Tach. Das war's. So viel brauchen wir nicht. Ich bleibe hier. Und du gehst auf den Kopf. Ich gehe auf den Kopf. Ich gehe auf den Kopf. Entschuldigung. Entschuldigung. Und ich denke. Der Late will nicht aufhören. Jetzt. Wo der Late gerade beim Daten ist. Sind wir auch schon weit über unsere Zeit raus. Deswegen würde ich sagen. Machen wir hier ein Ende. Wir sind jetzt auch hier kurz vor der nächsten Situation. Oh Gott. Okay dann machen wir das vielleicht noch kurz bevor. Oh jetzt ist er weg. Oh Gott. Scheiße. Spannung pur in der nächsten Folge. Würde ich auch sagen. Oder einen Cliff hängen. Genau. Einfach so stehen. Und in der nächsten Folge seht ihr uns. Wie wir ein paar Monster und Selbstschussanlagen abschlachten. Oder sterben. Nein. Das doch nicht. Das schneiden wir raus. Also bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss.